Der White Market ist ein Freiluftmarkt, wo junge Designere aus Berlin und ganz Europa ihre Kollektionen präsentieren und verkaufen. In unserem Markt gibt es keine Secondhand-Items, also das bedeutet, alles ist neu gemacht, alles ist handgemacht und man kann im White Market nur Kleidung, Accessories, Schmuck und so weiter finden. Jeder, jeder kann mitmachen, der eine unikete Kollektion hat, ein origineller Design mit guter Qualität und eine kleine Serie, eine kleine Produktion. Bis jetzt, wir haben nur Termine im Sommer, aber wir suchen gerade eine Innenlokation, wo man den Markt weitermachen kann, also während des Winter. Der Ziel ist eigentlich, die Designere zu unterstützen und in den nächsten Punkt in seiner oder ihrer Mode-Karriere zu launchen. Die Location ist super, weil wir sind ganz in der Mitte von Prenzlauer Berg und das ist eine Trendszene gerade. Und es gibt viel Fußgängerverkehr und die U-Bahn ist ganz in der Nähe und es ist eigentlich sehr schön und charmant. Und ich glaube, dass auch jeder in Berlin kennt die Kulturbrauerei, also es ist auch ein Reference Point. Berlin Style ist sehr locker, glaube ich, und sehr informell und immer, immer sehr unikat. Die Berliner zum Beispiel sind keine Fashion Victims, so zu sagen. Also sie sind sehr, also sehr einige und sie tragen nur, was sie wollen und was sie, also damit, dass sie, also bequem fühlen. Aber natürlich, die 80 Jahre spielen eine große Influenz zu den Berliner, also schmeckt. Ich kann sagen, mein Stil ist ein Hippie-Bohemian. Ich trage immer, also casual items, also nicht so eleganten. Ich bin, ich bin, ich liebe Baumwolle zum Beispiel. Mein Stil ist ein bisschen wie ein Chameleon, glaube ich, weil es ist abhängig von welcher Situation, welchem Event und das Wetter spielt einen großen Teil auch. Wir haben den ersten White Market Termin letztes Samstag am 20. Juni gemacht. Aber die Organisation des Markts hat seit Februar angefangen. Der nächste White Market Termin ist am 4. Juli. Wir laden alle ein. Wir sind hier jeden zweiten Samstag während des Sommer. Mehr Informationen kann man finden in unserer Website www.thewhitemarket.com